1000 für den Imperator, der YouTube-Kanal, in Kooperation mit Games Island und Pinselschwert. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und das hier ist ein anderer Blick auf die Alpha Legion und Alpharius. Bevor es aber losgeht, an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Gruß an Sepp, denn der hat uns das Thema eingegeben. Sepp ist eines unserer Kanalmitglieder und hat uns mit, ich weiß nicht, acht oder neun Themenvorschlägen überflutet. Das hier ist jetzt der, der mir als allererstes in die Hände gefallen ist und wo ich sagen kann, hey, der ist eigentlich ganz cool, weil den kann ich ausnahmsweise mal beantworten, ohne dass ich großartig recherchieren muss. Sepp's Frage war ungefähr wie folgt. Jetzt, wo Alpharius tot ist oder Rogeldorn einen Primarchen getötet hat, könnte auch Omegon gewesen sein, stellt sich die große Frage, was passiert eigentlich, wenn die Seele eines Primarchen zur Hälfte in den Warp eingetaucht ist. Denn wir wissen ja, dass Alpharius und Omegon sich eine Seele teilen, dass also beide jeweils auf diese primarchen Warp-Entitäts-Götter-Stuff-Sache, da dieses Konglomerat an Wünschen, Bedürfnissen, Stereotypen und Archetypen der Menschheit Zugriff haben. Und was passiert, wenn einer der beiden Körper, der die Seele trägt, vernichtet wird und der andere noch am Leben ist? Dass das so ist, wissen wir, weil in der Beschreibung des Solar War Buches, in dem Rogeldorn Alpharius im Kampf direkt tötet, die klassische Primarchen-Explosion passiert. Immer dann wissen wir, dass ein Primarch wirklich gestorben ist, wenn der Körper vernichtet wird und dann zum einen dieser extrem krasse Effekt auf die eigenen Söhne eintritt und die Söhne des entsprechenden Primarchen instant wissen, dass ihr Genvater gerade getötet worden ist und auf der anderen Seite so ein leichter Irrsinnseffekt eintritt. Am spektakulärsten passiert das natürlich bei Sanguinius, aber das ist auch im Kampf Jagatai Khan gegen Mautarion passiert, wo beide sich gegenseitig mehr oder minder ausgeschalten haben und beide Legionärsgruppen sozusagen einen starken Effekt gespürt haben, wobei ja weder Jagatai noch Mautarion wirklich tot waren, aber zumindest ihre Seele kurzzeitig mal irgendwie diese Ebene der Existenz verlassen hatte. Und außerdem hat der Sepp gefragt, sucht die Seele dann eigentlich einen ähnlichen Körper, weil Seelen ja in einen ähnlichen Körper zurückkehren. Also die Seele eines Primarchens sucht nach einem passenden Körper, der da, in den sie eben sozusagen reinschlüpfen kann und sowas. Und wie viel ist dann dran an dem Satz, ich bin Alpharius? Also wie viel von diesem Satz resultiert aus einer entsprechenden Sinnsuche, dass irgendjemand hofft, dass die Seele des Primarchen in ihm wieder geboren werden kann? Bevor man sich so einer Sache nähert, ist es immer sinnvoll, nochmal kurz auf die Historie der ganzen Geschichte zu blicken. Und da sehen wir, dass Alpharius und Omegron bei der Geburt getrennt worden sind. Während Alpharius tatsächlich auf Terra niedergegangen ist und der in Wahrheit erste gefundene Primarch war, zumindest wenn wir es einer eigenen Autobiografie glauben können. Alpharius selbst sagt, alles was er sagt, ist eine Lüge. Das bedeutet, wir wissen nicht so hundertprozentig, ob es stimmt. Aber wir tun mal so, als hätte Alpharius nicht gelogen, als er sagte, hey, in Wahrheit hat der Imperator mich zuerst gefunden und ich wurde im Geheimen von Mercador und von Konstantin Veldor und so weiter und so fort im imperialen Palast zu Terra ausgebildet und in Wahrheit habe ich die Blutspiele erfunden und die Custodes machen mir die nur nach. Das ist ein ganz, ganz großartiger Hintergrund und ein bisschen willig auch, dass er wahr ist. Und ich glaube, dieser Satz, all das ist eine Lüge, meint letztlich nicht diesen Teil seiner Lebensgeschichte, weil der einfach sehr, sehr gut passt. Alpharius wird als allererstes mit seiner Legion wieder vereint und beginnt relativ schnell zu erkennen, dass nicht nur der Imperator Geheimnisse braucht, sondern dass auch die Tatsache, dass der Imperator ein Ziel hat, dass er verfolgt etwas ist, was er seinen Söhnen im weitesten Sinne vorenthält. Eine Sache, die Alpharius selber als relativ klug erachtet, weil er sagt, hey, Geheimnisse sind am besten, wenn sie wenige Personen kennen. Ich muss das Ziel des Imperators nicht kennen. Ich kann aber eine intellektuelle Übung daraus machen, zu erahnen, was der Imperator in Wahrheit möchte und mich so zu verhalten, wie ich denke, dass es dem von mir interpretierten Ziel unseres Vaters am ehesten dienen könnte. Das bringt ihn letztlich eben auch dazu, die Custodes zu testen und tatsächlich einen verhältnismäßig echten Mordanschlag auf den Imperator durchzuführen, der dann natürlich irgendwie vereitelt wird, aber eben gerade nur so und was ihn in direkten Konflikt mit Konstantin Veldor bringt und dessen Misstrauen gegen die Primarchen, das ja schon vorher da ist, weil er das Projekt der Astartes insgesamt einigermaßen ablehnt, aber davon wird es sicherlich nicht besser, dass der erste Primarch, den sie gefunden haben, gleich mal einen Mordanschlag ausprobiert und dann sagt, hey, war nur dazu da, die Sicherheit des Imperiorenpalastes zu prüfen. Andererseits machen die Custodes das heute noch. Insofern, man weiß es nicht. Die grundlegende weitere Thematik, die dann da hineingeht, ist, dass Alpharius wie die anderen auch zum großen Kreuzzug aufbricht, kämpft und dort irgendwann auf seinen Zwillingsbruder Omegon trifft. Und von diesem Moment an beginnt die Alpha Legion, sich sehr, sehr stark in den großen Kreuzzug einzubringen, beginnt sehr, sehr stark durch grundlegend angewandte Ideen von Spionage, Infiltration, Vernichten der Logistik des Gegners und so weiter und so fort, eine Situation herzustellen, die oftmals eher eine intellektuelle Übung für die Alpha Legion ist und weniger tatsächlich das Ziel des großen Kreuzzuges verfolgt. Das ist etwas, was Reboot Gilliman während des großen Kreuzzuges massiv ankreidet und sagt, hey, was treibt mir da eigentlich? Hier ist doch ein Drop-Hot-Assault offensichtlich die Lösung. Warum warten wir jetzt drei Wochen, bis irgend so ein Alpha Legionär genau an die richtige Stelle geschlichen ist und da irgendwie, keine Ahnung, so eine Funkstation ausschaltet, wenn wir den ganzen Planeten in vier Wochen alleine schon mit dem Bodenangriff in die Knie gezwungen haben könnten und Alfarius antwortet ihm halt, ja, aber wo ist denn da der Spaß dran? Also man sieht schon, dass die Alpha Legion während des großen Kreuzzuges beginnt, sich sehr, sehr stark abzugrenzen, was eben auch ganz stark damit zu tun hat, dass Alfarius und Omegon sich oft in philosophischen Gesprächen darüber verlieren, was jetzt genau hier eigentlich das Ziel sein könnte, wie das Ziel genau aussehen könnte und wie es aufbereitet wird. Es ist auch nicht so, dass beide gleich stark, gleich mächtig oder charakterlich perfekt gleich wären. Es ist mehr so, dass sie, obwohl sie sich offensichtlich eine Seele teilen, das wird oft gesagt, auch von den beiden, dass die unterschiedlich gemachten Erfahrungen Omegon zu dem etwas härteren, etwas illoyaleren, verräterischeren der beiden Primarchen machen, während Alfarius eigentlich der loyalere ist. Im Verlauf der Horocerecy oder eigentlich im Verlauf des großen Kreuzzuges und der dann sich subsequent anschließenden Horocerecy gerät die Alpha-Legion in Kontakt mit der Kabale. Die Kabale ist ein fancy Wort für eine Gruppierung an Aliens, die sich Folgendes zur Aufgabe gemacht hat. Viele der Mitglieder der Kabale haben ihre Völker oder ihre Kulturen an die Untaten des Chaos verloren oder fürchten das Chaos, haben erkannt, dass diese vier Götter, die da herausgekommen sind, letztlich eine unfassbare, machtvolle und schreckliche Bedrohung darstellen. Und so sind sie an einen Punkt gekommen, der in einer Art Tarot Folgendes offenbart. Es kann nicht sein, dass, wenn Horus zum Schlag gegen seinen Vater ausholt, der Imperator siegt. Das darf nicht passieren, weil ein Sieg des Imperators bedeuten würde, dass 10.000 Jahre Schrecken, unmenschlichste Umstände und dergleichen mehr zu einem deutlichen Erstarken der Chaosgötter führen würden. Es kann nicht sein, dass Horus siegt, weil die Konsequenzen, die daraus erwachsen würden, so viel schrecklicher sind, als wenn Horus nicht siegt, dass der Imperator vernichtet werden muss. Das ist die Erkenntnis, die sie auch mit Alpharius und Omegon teilen und die die Alpha-Legion letztlich zum Überlaufen bringt. Der Plot wurde von der Warhammer-Community mehrheitlich eigentlich gar nicht mal so geil angenommen. Und man muss ehrlich sagen, dass der Plot ein bisschen langweilig war, bis Dan Abnett, die End and the Death Teil 1 bis 3 geschrieben hat. Denn mit der Offenbarung, dass der Imperator, wenn er siegen würde, zum dunklen König wird. Und mit der Offenbarung, dass durch die Tatsache, dass vor Terra die Zeit angehalten wird und damit alle Tarots, alle Blicke in die Zukunft und alle Ideen, was passieren könnte und was sein könnte, plötzlich obsolet werden und alle Tische mit allen Prophezeiungen umgeworfen werden. Damit wird das, was die Kabale da gesehen hat, plötzlich sehr, sehr real. Dass die vielleicht einen Glimpse, so einen kleinen Einblick in die Existenz des dunklen Königs erhalten haben und gesagt haben, Alter, unter keinen Umständen dürfen wir den Imperator gewinnen lassen. Das würde es Chaos auf eine Art und Weise stärken. Fünfter Chaosgott, 10.000 Jahre Leid und Schmerz. Und dass sie diese Option, dass der Imperator auf den goldenen Thron eingebettet werden könnte, gar nicht gesehen haben, weil das Duell eben so klar war und das Chaos seine Falle so perfekt gestellt hat. Auf der einen Seite werde zum dunklen König und vernichte Horus Luperkal. Auf der anderen Seite kämpfe als Mensch und werde von Horus besiegt und Horus gewinnt und dass die Existenz Olenius Persons und dieses ganzen Eingriffes, dieser Mary Band of Misfits, die da irgendwie reinkommt und in letzter Sekunde den Tag rettet, von keiner Seite in den Tarots irgendwie gesehen werden konnte und auch die Rolle, die John Grammaticus darin spielt, niemals erahnt werden konnte. Das ist ja eine Sache, die diese Geschichte plötzlich extrem cool macht, weil wir hier eine Gruppe an Aliens haben, die mit der Alpha-Legion ihre vertrautesten und krassesten Ideen teilt und sagt, hey, um das Chaos zu besiegen, also das Ziel zu erreichen, das der Imperator wollte, müssen wir Folgendes tun. Der Imperator selbst muss sterben, dann wird Horus Herr der Menschheit und die Menschheit selbst wird sich in einer nie gekannten, ja, letztlich mit dem Chaos verfallenen Blutlust selbst vernichten. Horus selbst wird fallen und dem Chaos wird letztlich die psionische Grundlage seiner Existenz ausgehen und die Chaosgötter werden klein werden und verkümmern, weil die psionische Resonanz der sich stark vermehrten Menschheit letztlich das ist, was das Chaos an erster Stelle überhaupt möglich macht. Joa. Alpharius und Omegon glauben das eine ganze Weile, wobei nie ganz klar ist, wer von beiden wie stark daran glaubt. Was wir aber wissen ist, dass ein Teil der Alpha-Legion sich aufmacht, um letztlich vor Terra zu kämpfen und die Verteidigungssysteme der terranischen Verteidigung so stark zu schwächen, dass der Speerstoß Horus Lupercals nicht auf das Maß an Widerstand stoßen würde, das letztlich an der Stelle zu erwarten ist. Die Idee ist, Rogeldorn selbst und seinen äußersten Verteidigungsring auszuschalten und das, ja, das gelingt auch beinahe, bis Rogel selbst eingreift. Dabei hat der Primarch der siebten Legion Hilfe von einer Selenagenhexe, von einem seiner vertrautesten Leibwächter und ganz, ganz vielen anderen Figuren, auch von den Custodes, die dann schließlich gemeinsam beginnen, Terra und das Solsystem zu verteidigen und vor allem ist Rogel längst nicht zu unvorbereitet wie der Primarch der Alpha-Legion, Alpharius oder Omegon, in dem Buch wird er Alpharius genannt, das muss aber an der Stelle nichts heißen und ich erkläre gleich, warum ich glaube, dass es Omegon war, letztlich an diesen Punkt schreitet und sagt, hey, wir ziehen das hier voll durch und als er auf Rogel trifft und sie beide auf so einer planetaren Kommandostation gegeneinander kämpfen und dort um einen Dämon, der die Gesamtverteidigung kämpfen und so weiter und so fort, also wenn da hier diese Kontrollstation zerstört werden würde, wir hätten der äußerste Verteidigungsring gestört und Horus könnte direkt auf Terra vorstoßen. So ungefähr ist da das Setting. Und in dieser Kontrollstation treffen dann eben plötzlich der Primarch der Alpha-Legion auf Rogel Dorn und Rogel zerlegt den voll und der Alpha-Legions-Primarch sagt immer wieder, ja, aber du musst doch verstehen, du musst doch verstehen, was machst du denn hier, bist du völlig durchgeknallt, Rogel? Wenn du unseren Vater verteidigst, dann wird der nicht gewinnen. Das ist nicht mehr auf die reguläre Art zu gewinnen. Jetzt sieh doch bitte ein, dass wir alle sterben müssen, damit das Chaos vernichtet wird oder zumindest der Imperator sterben muss. Ich glaube nicht, dass Alfarius Omegon da sich selbst und seine Alpha-Legion wirklich stark mit einbezieht. Und das führt letztlich dazu, dass Rogel, der ehrenhafte Praetorianer Terras, der ist, mit einem riesigen Kettenschwert dem Primarchen den Kopf absägt und es eben zu dieser Primarchen-Explosion kommt, die dann dazu führt, dass einer der beiden Primarchen der Alpha-Legion vernichtet ist und der andere auch weiß, dass sein Bruder zerstört worden ist. So, jetzt kommen wir an einen Punkt, der dahingehend relativ spannend ist, dass die Alpha-Legion mehrere Ideen, wie es ausgehen könnte, vorbereitet hat. In The End and the Death treffen John Grammaticus, Olenius Persson und diese Begleiter, diese Abenteurer, die Argonauten, wie Olenius sie nennt, letztlich auf einen Alpha-Legionär, der über mehrere Codewörter darauf programmiert ist, im Falle von bestimmten Ausgängen bestimmte Handlungen zu vollziehen. Der ist hypnoindoktriniert und es gibt quasi einmal die Der Imperator-muss-Sterben-Variante, Der Imperator-muss-Leben-Variante und dann gibt es noch so verschiedene andere, ich sage jetzt mal, Graduierungen dieses Programms. Und am Ende des Tages zeigt das schon, dass weder Alpha-Legion noch Omega oder wer von den beiden auch immer am Leben ist, jemals 100%ig sicher war, wie die ganze Geschichte ausgehen würde. Aber sie haben trotzdem im Imperialen Palast schon mal vorsichtshalber Schläferagenten positioniert, die da in Kryostasis warten, bis sie geweckt werden. Das werden sie dann am Ende auch und dann geht diese ganze Sache so ihren Gang. Aber wenn wir in die Gegenwart schauen und in das, was danach passiert ist, dann tritt die Alpha-Legion während des Scouring gar nicht mehr auf. Sie wird stark zurückgezogen. Viele der Alpha-Legionäre fallen an das Chaos und schließen sich verschiedensten Kriegsbanden des Chaos an. Aber der Primarch, von dem wir eigentlich erwarten würden, dass er in irgendeiner Art und Weise weiter durchzieht, der tritt erstmal stark in den Hintergrund, während am Ende aber der Satz Ich bin Alfarius eigentlich ganz, ganz stark im Fokus bleibt. Und wir kriegen jetzt natürlich immer wieder Berichte davon, dass die Alpha-Legion an verschiedenen Stellen aufgetaucht ist und tatsächlich Dinge getan, die vornehmlich böse waren, aber im weiteren Verlauf der Geschichte dann sehr, sehr deutlich gezeigt haben, dass sie dem Imperium eigentlich maximal genützt haben. Ganz, ganz oft wird angedeutet, dass die Alpha-Legion weiterhin, zumindest in Teilen, auf der Seite des Imperiums kämpft. Und wenn man den Stand der Alpha-Legion jetzt beschreiben müsste, würde man wohl sagen, es gibt ganz, ganz klar Chaos-Warbands, die einfach dem Chaos dienen, fertig, die sind egoistisch, machen ihren eigenen Kram und benutzen dafür halt die Werkzeuge, die sie als Alpha-Legion gelernt haben. Aber es scheint auch eine Strömung in der Legion zu geben, die sehr, sehr stark für das Imperium interagiert und dem Imperium massiv zur Seite steht, aber halt immer auf eine Art und Weise, dass sie mit diesem Verräterstatus, quasi die gesamte Alpha-Legion, durch das, was da im Sol-System passiert ist, erhalten hat, das dem irgendwo Rechnung trägt. Da gibt es nicht die Idee, dass man sagt, hey, wir offenbaren uns, also auf eurer Seite stehen und plötzlich wird uns allen vergeben. Ich glaube, die Illusion macht sich der verbliebene Primarch der Alpha-Legion nicht mehr. So, warum glaube ich, dass Omegon gestorben ist und nicht Alfarius, obwohl der Primarch deutlich gesagt hat, ich bin Alfarius? Mehrere Gründe. Zum einen glaube ich, dass Alfarius der bessere Kämpfer war und in der Lage gewesen wäre, Rogel zu schlagen oder zumindest ihm deutlich mehr Probleme zu machen. Omegon ist der unerfahrenere der beiden Primarchen. Alfarius ist in der Lage, mit Konstantin Valdor in einem Duell mitzuhalten und Alfarius selbst sagt, hätte das ganze Ding noch 30 Sekunden länger gedauert, hätte ich ihn auch gehabt. Rogel sagt, er ist sich nicht sicher, ob er Konstantin Valdor schlagen könnte. Wenn wir diese Aussagen alle zusammennehmen, entsteht zumindest ein, hey, in einem Kampf Alfarius gegen Rogel, hätte Rogel allerwenigstens verletzt werden sollen. Den Primarchen, den er bekämpft hat, hat er einfach weggehauen. Also es gab nie eine Diskussion, wer der krassere Kämpfer ist, was mich schon mal grundlegend verwirrt hat. Der echte Alfarius, also im direkten Vergleich zu Omegon, ist auch eine loyalere Person, jemand, der den Imperator direkt getroffen hat, der eine gute Beziehung zum Mercador hatte und so weiter und so fort. Jemand, der trotz seiner verhältnismäßigen Nüchternheit am Ende des Tages ziemlich loyal war und auch viel emotionaler, als er sich immer gegeben hat. Jemand, der wollte, dass das alles Erfolg hat und der auch die Anerkennung des Imperators und seiner Brüder teilweise gewünscht hat. Er hat harsch über sie geurteilt und natürlich so Batman-mäßig Pläne angelegt, wie man die alle ausschalten könnte, aber da ist er nicht der einzige Primarch gewesen, der solche Gedankenspiele durchexerziert hat und trotz allem war Alfarius immer jemand, der verhältnismäßig sympathisch rüberkommt und eigentlich niemand, der sich von Notwendigkeiten zwingend schreckliche Taten aufzwingen lässt. Omegon dagegen, der eben draußen, außerhalb Terrass, außerhalb des Imperialen Palastes aufgewachsen ist, ist eine Figur, die meiner Ansicht nach durchaus stark zum Verrat tendiert. Und so könnte ich mir vorstellen, dass beide Figuren miteinander eine Art, ja, intellektuelles 3D-Schach gespielt haben, wo Alfarius irgendwann erkannt hat, dass Omegon tatsächlich die Lüge oder diese Geschichte, diese Version und diesen Narrativ dessen, wie die Zukunft aussehen muss, von der Kabale geglaubt hat und letztlich einen Plan in Bewegung gesetzt hat, der Omegon einfach vom Spielfeld nimmt. Der Primarch, der uns in diesem Buch präsentiert wird, das Buch heißt übrigens Praetorian of Dawn, die Schlacht hat auf Pluto stattgefunden, der Primarch, der uns da präsentiert wird, ist letztlich jemand, der unfassbar verbissen ist, der aber vor allem Hypno-indoktriniert wurde. Das bedeutet, dem Primarchen selbst wurde das Gedächtnis gelöscht und er findet erst nach und nach in eine Persona zurück, die ebenfalls durch Hypnose-Techniken Schritt für Schritt für ihn freigeschalten wird. Das bedeutet, die Person, die er ist, die erkennt er am Anfang gar nicht und wir denken am Anfang des Buches, dass wir einem normalen Alpha-Legionär folgen und erst als er dann diesen berühmten Hydrasper in die Hand bekommt, merkt er, dass er in Wahrheit ein Primarch ist und dann schalten sich immer mehr Teile seiner Missionen aufreißt. Könnte aber genauso gut sein, dass das eben Omegon ist und das halte ich für viel wahrscheinlicher, der hier positioniert worden ist und von Alfarius in eine Falle gelockt wurde, damit er dort seinen verdienten Tod findet, damit er nicht noch mehr Schaden anrichtet. Also sozusagen, dass er glaubhaft für die Legion vernichtet werden kann und Alfarius in der Lage ist, die wenigen ihm noch loyal verschriebenen Legionäre, die sich eben nicht der Horoceracy angeschlossen haben, die sich nicht dieser Lüge der Kabale verschrieben haben und so weiter und so fort und die nicht vielleicht schon als Schläferagenten irgendwo längst typ nur indoktriniert rumliegen, dass er die nochmal um sich sammeln kann, um im Long Run noch was für den Imperator zu tun. Das würde aber auch wieder folgende Situation aufmachen, nämlich die, dass es Absicht Alfarius ist, dass ein Teil seiner Seele in den Warp gegangen ist und in den Warp übergegangen ist, denn das wäre ja nun nach gerade extrem nützlich. Dieser Archetypus, den Alfarius und Omegon darstellen, dieser zweigesichtige Gott, also diese fast schon Janus-artige Figur, muss man sagen, die einmal dich von hinten verrät, der man nie wirklich trauen kann, die dir einmal das Gesicht des Verrats und der Lüge zudrehen kann und einmal das Gesicht dieses, ich sage jetzt mal, schurkischen Freundes, der sich zwar dunkler Mittel bedient, aber immer so ein bisschen im Dreh dieser charismatische Typ, der dich halt begleitet, mehr Dieb und Lügner als wirklich echter Mörder und Assassine ist. Dass zwischen diesen Figuren hin und her wechselnde Archetypus, das Alfarius und Omegon eben sind, diese grundlegende Idee des Widerspruchs, das in ihm liegt, macht natürlich wahnsinnig viel Sinn, dass er gesagt hat, hey, solange wir beide existieren, kann keine Linie in die Handlung der Alpha-Legion hinein, denn während einer von uns der Kabale nicht vertraut, vertraut der andere der Kabale. Während einer von uns den Fall des Imperators plant, plant der andere ihn zu unterstützen. Das muss ein Ende kennen und das Ende existiert nur, wenn einer von uns im Realraum nicht mehr handlungsfähig wird. Das würde aber auch bedeuten, dass Alfarius Seele letztlich zweigeteilt ist. Der loyale Teil, der immer noch in einer menschlich-primarchischen Brust schlägt, existiert weiter im Realraum, während der andere Teil letztlich im Warp eingebettet ist und sozusagen von dort wahrscheinlich düsterste und schrecklichste Einflüsterungen erhält, die dann in den echten Alpharius hineinsuppen und die dort mit krassester Willenskraft niedergekämpft werden müssen. Das wäre zumindest sehr, sehr 40k, wenngleich auch einfach nur eine Theorie. Dafür gibt es keinen Beweis. Am Ende ist auch, glaube ich, der Satz Ich bin Alfarius, neben der Tatsache, dass er eben genau diese Idee von Hey, das ist irgendwo eine Täuschung. Ja, jeder könnte Alfarius sein. Man weiß nie, ob man gegen den Echten kämpft oder nur gegen einen seiner Diener. Das hat sich ja ziemlich abgenutzt, aber es ist natürlich auch eine Frage nach Identität und Sinnsuche. Wenn ein Chaos Space Marine sagt, Ich bin Alfarius, sagt er, und Alfarius ist loyal zu Horus und dem Traum des toten Imperators. Tod dem falschen Imperator, Tod dem Leichengott auf Terra. Und wenn ein loyaler Alpha Legionär sagt, Ich bin Alfarius, meint er letztlich auch genau diese Ownership, aber eben auf eine positive, loyale Art und Weise. Ich bin Alfarius und Alfarius ist loyal. Und genau in diesem Wettstreit, der sich durch die Legion zieht, durch den Primarchen selbst und dessen Seele zieht und sich durch alles zieht und bis heute einfach unentschieden ist, darin liegt meiner Ansicht nach der große Reiz der Alpha Legion. Das bedeutet, ich glaube nicht, dass diese Warp-Seele einen zweiten Körper sucht oder braucht. Im Gegenteil, ob Alfarius oder Omegon, beide haben wahrscheinlich kein Interesse daran, dass sich nochmal ein zweiter Zwillingsbruder ausbildet, sodass sie dann mit einer weiteren Person interagieren müssten, die in diesem ewigen Widerstreit existiert. Wahrscheinlich ist es für, egal welcher von beiden noch lebt, für den anderen signifikant angenehmer, alleine im Realraum handeln zu können, während der gute oder böse Teil, je nachdem, wie man drauf gucken will, der loyale oder der verräterische, im Warp rumsuppt und da halt einfach von dort aus dunkle Einflüsterungen, die man aber mit Willenskraft und Aufwand niederzwingen kann, sozusagen, in den Realraum hineingibt. Am Ende des Tages ist die eine Sache, bei der ich mir sehr sicher bin, dass diese Figuren immer noch verbunden sind und dass am Ende das Schicksal der Alpha-Legion dahingehend noch überhaupt nicht entschieden ist. Von allen Schreibereien, die Games Workshop da gemacht hat, ist eigentlich immer sehr, sehr klar, dass das Ganze meiner Ansicht nach in eine verhältnismäßig positive Richtung weitergehen wird, dass die Alpha-Legion auf jeden Fall mal unterstützend für das Imperium eingreifen wird, aber wir haben ja jetzt auch jüngeres Lore, wo die Alpha-Legion tatsächlich auch schon sehr, sehr schädlich für das Imperium gehandelt hat und insofern können wir da jetzt eigentlich nur schauen und hoffen, dass die Schreiber von Games Workshop das Thema bald mal wieder anfassen. Es kann ja immer ein paar Jahre dauern, bis sowas gemacht wird und wir dann vielleicht mal konkretere Antworten kennen. Ich glaube, eine wirklich konkrete Antwort, wie es ist, bekommen wir erstmal nicht. Dafür ist das Mysterium auch viel zu geil und ich glaube, die haben viel zu viel Spaß damit, uns so ein bisschen im Dunkeln tappen zu lassen. Genau, das waren meine Gedanken für diesen Freitag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mir zuzuhören. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.